Ich liebe Kampfkunst. Sie führt mich zu inneren Frieden und Harmonie. Kampfkunst gibt mir Kontrolle über Körper, Verstand und Seele. Ich bin Metin Kaipa. Ich trainiere seit meiner Kindheit und bin ehemaliger Weltmeister in verschiedenen Kampfkunsten. Meine Leidenschaft ist es, diese Kunst an Kinder, Jugendliche und Erwachsene weiterzugeben. Ich stelle dir vor, was mich persönlich inspiriert. Fitness und Kampfsport Kraft Ausbau Schnelligkeit Kenjutsu und Variationen der Schleibkampfkunst Konzentration Fokussieren Inneres Gleichgewicht Schu-Jutsu und Selbstverteidigung Kontrolle Kontrolle Sicherung Selbstbewusstsein Karate Karate und traditionelle Waffen Karate und traditionelle Waffen Kartenbeherrschung Aufmerksamkeit Selbstkontrollen Diese verschiedenen Kampfkünste habe ich in meinem System BudoKamp zusammengefasst. Lass uns zusammen deinen Weg zu inneren Frieden und Harmonie finden. Ich liebe Kampfkunst. Ich würde es gerne mit dir teilen. Ich liebe Kampfkunst.